Heute geht es los. Wir fliegen endlich auf Holland. Wir haben sehr lange auf diesen Moment gewartet. Wir hatten drei Wochen Vorbereitung. Wir waren zuerst zwei Wochen in Magglingen. Wir haben dort relativ viel für die Athletik gemacht, damit wir weiter ein Turnier gehen können. Und jetzt waren wir seit dem Montag in Bad Surzach. Seit dem 2. Juni waren wir erst in Bad Surzach. Das war unser Stammmodell früher. Dort hatten wir sehr gute Erinnerungen an unsere WM-Qualifikation. Im Jahr 2014, in dem wir diesen Moment erleben konnten. Ich glaube, das Gefühl hat Martina Voss, Tekkenburg, dort wieder rausholen aus uns. In diesem Sinne hat sie auch gearbeitet. Wir haben uns alle gefreut, als wir dort waren. Wir haben bei den letzten Tagen nochmals gut trainiert. Wir haben viel neue Taktik gefeiert. Heute kommt endlich der Tag, wo wir nach Holland fliegen können. Es ist einfach die Zeit dafür. Wir haben eine lange Vorbereitung gehabt. Und wir freuen uns einfach riesig an, wenn wir hier im Bus sitzen und den Flug anfangen, merkt man so langsam, hey, jetzt geht's los. Und ich glaube, jetzt steigt auch langsam die Anspannung. Und wir freuen uns einfach auf dieses Erlebnis. Wir hoffen, dort viele Erfahrungen zu sammeln und natürlich viele Matches zu gewinnen.